Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Zeffen siehst du die? Heute ziehen wir los zur Wüste und holen uns ein bisschen Ölschiefer und nebenbei werden wir dabei eine Mine errichten und dann entsprechend da noch länger verweilen zu können. Das heißt die Mine heißt, dass ich von außen komplett zu machen werde. Beton, wir müssten eine Tür bauen. Sie werden das Material mitnehmen. Die Baustellen der Tür. Die Tür ist simpel und einfach. Und zwar verwenden wir dafür Stahl. Stahl haben wir hier drüben. Und Eisen. Einmal Eisen und einmal Stahl. Bis da hinkommen. So, dann gehen wir ganz kurz hier rein. Bruchstoffe, Mission. Jo. Wo ist das gute Stück? Gebäude. Das ist nämlich so. Ich brauche nämlich eine Tür. Bis man aushält. Also ein bisschen mehr wie Holz. Holz können wir mal aufwerten. Zugbrücke, Waffenschrank, Waffentresor, Tresortür. Dann bauen wir eine Eisentür. Dann bauen wir eine Eisentür geht auch. Schublade. Geradetor ist ein Blödsinn nicht, ne? Geben ein Handgepäck rein, muss man da bauen können. Dann können wir noch ein bauen um den los zu sehen so fertig so können wir hier lassen und die wird er gebaut wenn wir noch losziehen so los zwar in der wüste gegen so ein berg da gehen wir rein dann machen wir das vorne mit der mauer zu blöde tussi doch nicht jetzt ich habe doch nur einen einsitzer aber ich glaube die zurechten zeit umgelegt wir fahren jetzt mal richtung süden ganz grob kurz mal gerade gucken wir werden hier irgendwo die wüste star ja ich war schon so vollgas ne vollgas richtung wüste da suchen uns einen schönen berg und dann werden wir uns da einbuddeln und dann so ähnlich wie es rechts vom berg ist dann werden wir da vielleicht ölschiefer finden ölschiefer wenn wir glück haben finden wir auch bisschen gold diamanten und silber da können wir irgendwann mal zum händler fahren und alles verscheuern bisschen was habe ich ja da an material also im verkauf aber wie gesagt brauchen wir ein bisschen mehr und da ist natürlich so heißes so wie hier ekliges wetter kamen wir zum berg rein die nächste kreuzigung haben wir links betrinkt rein weil ich mit auf jeden fall normal ist immer dabei hier ist warm ja ja ich gebe halt eine erde rein ist kühler tunnel graben bis dahin ja option aber dauert lange es gibt viele wüste auch andere kleidungen wozu sagen die wissern plus bringen kann ich ein bisschen vorgucken können muss ich gleich mal zusammen suchen was da so gibt ja doch haben wir mal weiter bis hier habe ich nur so kurz gedacht jetzt kommt walter geier ja und das war so hier ist ein bisschen bessere sicht gucken können hier also hier viele ressourcen haben wir gesagt ist aber auch ein bisschen unangenehm zu arbeiten so heiß trocken muss ich mal gucken wo wir sind jetzt hier hier so ein geschäft hier müsste man auch mal reingehen und das ist mein ziel auf den ziehen beziehungsweise ich brauche oh ich heiße köder die sind gemein die hunde beißen so jetzt ist kommen wir in die wüste da muss man ganz kurz dafür sorgen dass man eine tank auffüllung kann das ist nicht wichtig da werden wir im nächsten gebäude vielleicht machen das ist hier pop Mädels keine ahnung die halten mal an da macht ich bin das ist ich bin ich bin ich bin ich bin dein ich bin du ich bin Rauchenberg, ne, schönen Rosenberg, wo sich auch lohnt. Hier ist Blei und Nitrat. Okay, wir auch, äh, du bist genau der richtige Berg. Wir haben mal gerade. So, schnell einen Unterschluss schaffen, das heißt, wir graben uns hier mal rein. Das ist Lehm und Lehm ist scheiße. Die Lampe ist aufgelöst. Die Lampe ist aufgelöst. Das ist gut. Das ist gut. Die Lampe ist aufgelöst. Die haben mir Auerwege gemacht. Ich brauche Stein, also stabiles Material. Da, da Stein, das ist gut. Weil auch Stein ein bisschen Sicherheitsbild gegenüber Zombies. Hier mal rein. Scheiße, ist unstabil. Mal gucken, ob wir Medizin dabei haben. Bei uns überleben wir nicht lange. Das ist schlecht. Bis mal gucken. ohne einstürz irgendwie mir ein bisschen sicherer machen und zwar es wäre schon ein bisschen sicherheit und zwar von oben mir so heiß, schlecht so später werden wir hier entsprechend eingangs normaler machen und entsprechend für einbauen sobald wir im feld und drin sind können wir auch ein bisschen oben ausbessern das ist heftig 75 Grad Gäste sicher, sicher, ne? und wir sind da wegnehmen mit glück stürzt nicht ein ich denke mal im berg drin ist ein bisschen sicher aber das muss ja nicht viel halten, ne? cobblestone, ne? hauptsache, wir haben immer Eingang, ne? Tom heile nochmal aufhärten ja, hier heute wissen bauen auch ja hier in den süßen ja, eine Basis kann man nicht sagen aber im Grunde eine sichere Zuflucht drücken heiß, das ist für scheiße sobald wir hier ein bisschen gebaut haben ich hätte auch ein bisschen materiellen mit dem können, ne? also ein bisschen da hinten drin ist das ein Füller geboren wir müssen ein bisschen berg rein, dann geht das eine Axt nicht und das macht es ja auch ein bisschen sicherer, wenn ich hier dazu mache Anführungszeichen, weil dann kriegen die auch keinen Zugang, ne? da ist er mal nicht notwendig so weil der Mist aber wieder einstürzt, muss ich ein bisschen, äh stabilisieren, ne? mach die Sache ein bisschen sicherer, so auch wiederholen, ne? jetzt machen wir hier vorne eine Tür ein hier können wir auch einmauern, ne? aber das wäre ja irgendwie zu blöd, ne? hier Tür die wir gebaut haben man das nicht so 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 jetzt haben wir hier mal zugemacht mit der hier ein bisschen Eisen, ne? so dann kommen wir jetzt noch weg, ne? nachher, später mal zu und schon sind wir von draußen weg das geht das geht weiter in den berg rein und zwar schräge runter wir müssen da oben nochmal zu machen aber nicht schießen da hat er offen da da und da das klar Luft ja, das ist nicht so schön im Normalfall würde man sagen, äh, ja aber ich brauche ein bisschen Luft, ne? Frischluft aber in dem Fall ist glaube ich egal das wäre nicht so gut das wäre nicht so gut genauer machen aber ich muss das zu machen deswegen denn dann haben wir von draußen unsere Ruhe dann haben wir das und zweitens sind wir drin sicher vor der Hitze und dann ist ja genauso wichtig noch haben wir nichts gefunden, was wir brauchen können kein Gold keine Diamanten kein Ölschiefer oh, nix da ja dann tun wir nicht mehr heiß, ne? so dann tun wir nicht mehr heiß, ne? der Fels wird ja wohl halten, ne? der Fels wird ja wohl halten, ne? wie soll der Fels noch viel aus das ist das ist der Fels da wenn wir hier keinen Ölschiefer finden dann muss man halt draußen mal gucken, ne? das ist ja das ist ja lange mal Dinger rum, ne? ja super, ne? da muss man nur rausgehen und markieren, wo das Ölschiefer ist dann kann man wieder hinarbeiten, da wird man wo es ist, ne? dann kann man da das sind wir mal die Maschinengewehr aktivieren und dann das ist kein so weit weg das ist hier irgendwo weiß ich genau, hier wir müssen mal hier ne verkehrt so Öl ja richtig geschrieben oder ohne E weiß ich nicht genau so wieder heiß gehen wir rein, ist Loch, ne? jetzt heißt es hier unten die Richtung suchen normalerweise ist jetzt in die Richtung und zwar die müssen aber nicht hoch arbeiten die müssen nur da unten bleiben da oben war hier Gestein und Sand ein Leben und der ist instabil wahrscheinlich war auch trocken ist und das ist, äh Problem die Stabilität bei uns, äh da wo ich das gebuddelt habe da war der Leben stabil hat mir sehr gut aushalten Loch hier sondern Sand also ja Textur von von Leben alt ne so wo seid ihr alles da alles wahrscheinlich hätte das wir da vorne äh auch Ölscher finden es groß halt von unten, ne? so liebe Freunde wir machen erstmal eine kurze Unterbrechung ich, äh äh sag heute mal tschüss und winken chau 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 morgen geht es weiter jo ich hoffe dann aller frische das wieder dabei sein ich würde mich freuen dann sag mal tschüss chau chau bis denne tschüss